Blutzer dahin Werde ich schon nirgendwann aussammeln Boah, schön unten, hier haben alles am Spawn, top Top, dass ich nicht ausgleichen hab Wir müssen überall mal Macken und Torches bald hin machen Naja, bald wird das sowieso nix mehr spawnen Geil Boah, ich bin nur am klicken Scharpen ist 3, Stärke 3 noch Besser kanns nicht laufen Reparieren kostens nur Rubine Au, ich lass mich mal da hinten contribute ihr seid so still und du bist so scheiße hell ich weiß Ok so sie doch schon Dann ist er gut. Eine Void chest, da kann das sein, das kann das sein. Oh, so gut. Right. Hab ich den Apfel? Ah, ist ein Apfel. Danke. Diamant Apfel. Boah, der Server lag einfach immer noch. Aber das kann grad an mir liegen. Äh, schon seit ich auf die Sorge gegangen. Ach so, weil du die Kack-Dinger da machst, ne? Mach doch mal bitte eine nach der anderen Kiste. So, was willst du eigentlich? Zentus macht grad alle Kisten auseinander und fliegen einfach 10 Milliarden Einten. Ich mach doch nicht alle auf einmal. Hat der Papst auch gesagt. Da warst du mal scheiße. Ja. Zentus muss aber daran denken, dass du nicht alleine hier drauf bist. Du weißt. Also der lag zu wahrscheinlich für ihn auch, oder nicht? Mach's weg einen kurzen Moment, wenn ich ein paar mehr aufmach. Ich hab gesagt, das kann sein, oder das kann auch an euch sein, wenn er weiter im Nether rumhängt. Ich bin schon wieder. Oh, nur an einem Punkt. Ja, trotzdem. Nein, das ist... Wehrding 5. Wehrding 5? Oh, sweet! Ein Bosch-Waffe. Ich hab jetzt so'n Stein... ...dingens gemacht. Vier Herzen reicht auch. Äh, ich möchte Erde. Du möchtest Erde? Ja. Komm mal her, ich zeig dir mal eben. Ist aber grad schlimm. Bist du? Bist du da hinten? Komm mal mit, hier. Ach, du siehst mich nicht, ne? Jetzt müsstest du... Nein, jetzt... Ja, irgendwo... Ah, jetzt, ja. Komm mal hier mit. Mach's dann sicher so wieder unsichtbar. Und dann gehen wir hier runter. Wo bist du? Boi. Na, dann komm mal mit. Wollen wir hier lang? Ja, das ist ja weiter. Hä? Ich hab wirklich kurz gelickt nehmen. So. Und hier kannst du auch deinen ganzen Scheiß Steine einsortieren. Ah, ja. Und hier hinten ist oben noch ein bisschen Erde. Äh, ich brauch's so... Ne, die kannst du alle nehmen. Wenn du brauchst alles, aber ich glaub nicht. Oh. Bin grad nicht anlegen, ob ich soviel brauch, aber ne. Ich brauch glaub ich nur noch... 3 Stacks oder so. So. Kevin, wie viel hab ich denn da? Boah, fast 400.000. Ah, jetzt brauch ich nix mehr zu haben, jetzt zieh ich dir nix mehr ab. Dirt. Gerade mal 69.000. Ah, haben wir kein Clay mehr? Kein Clay unter Wasser? Clay, 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 Clay. Nee, doch da. Äh, hast du schon die Ingles gemacht? Nein, ich muss erst grad Magnesium schmelzen. Und ich warte, dass Lace Powder fertig wird. 13.000 Grimmel. Damit ich das Votuli umändern kann. Ja. Und... Dann... Ich mach jetzt nämlich grad nen Coke offen. Weil dieses Coke... Am meisten Energie bringt. Von der Temperatur her und die auch länger hält. Aber sowas erfährt man erst ganz spät. Wenn man das alles austestet. Ich glaub ich hab ich verlaufen. Aber das kann nicht mehr lange dauern. Hast du hier unten bei Flash verlaufen? Ja. Du kannst dich da unten nicht verlaufen. Nee, eigentlich nicht. Ich weiß zumindest nicht mehr wo das... Na ja, ich glaub Toni kann das. Ich nach oben komme. Ich nach oben komme. Da sind überall Löcher. Selbst wenn du in die große Halle reingehst, da ist ein Elevator mitten drin. Da kann sie selbst da noch nicht mehr verlaufen. Zwischen im Raum mit grünem Zeugs da oben. Tank Liquid XP. Das ist die Dusche. Links daneben, wenn du rausgehst, müsste rechts dann rausgehen eine Treppe sein. Jaaa. Jaaa. Und dann geh doch einfach in die Treppe hoch. Oh, mach ich jetzt? Zombie ist bei dir? Oh mein Gott. So, jetzt bin ich hier oben in einem Raum mit Marbleboden. Geh doch weiter hoch. Dann kommst du an die Tür und wenn du an die Tür rauskommst, weißt du wo du bist. Ich glaube Toni, du solltest öfters mal wieder mitspielen. Was ist denn rechts? Was? Was ist denn rechts? Also rechts ist der Raum weg oder was? Ich hab grad zugemacht nur. Mhm. Weil ich die Kiste am leeren bin. Ja. Sonst kommen die dir alle entgegengeflogen. Ja, den nicht. Nur mir. Obwohl bald könnte jeder so Magnete haben. Ja, will ich nicht. Ja du, ich hab's ja schon erzählt mit dem Fisch. Oh ja. Nein, ich brauch den nicht. Ja, der Fisch ist eigentlich immer voll lustig. Ich mag Magnete nicht sogar. Ja, weil der Elemental sonst so zugemüt ist. Ja, nicht deswegen allgemein. Magnete find ich voll unnötig. Ja, aber. Es erleichtert aber wirklich. Das auch sammeln. Ja, das stimmt. Hm. Jetzt brauchen wir noch Kies. Kies, 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 Kies. Hab ich glaub ich noch genug. Und Sandy. Sandy? Hab ich die Wüste markiert? Ja, hab ich. Sandus muss ja gar nicht übertreiben hier. Oh, dieser. Womit? Mit allem hier. Hm? Mit allem. Ja, musst du grad sagen. Ich übertreibe nicht. Nein. Ich teste nur. Ja. Ja, ist klar. Du mich auch. Ich würde nie übertreiben. Das kann niemand bezeugen. Du doch nicht. Das kann niemand beweisen. Aber ich glaube, allzu lange würde ich hier normal nicht mitmachen. Weil dann mach ich Speedbait weiter. Ja. Ach so. Was ist das? Dann schalte ich einfach nur um auf Speedbait. Na ja, so ist das. Ist klar. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Momentan hab ich noch recht extrem viele Folgen. Na ja. Boah, Schwester. Das leckt extrem krass. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, ich weiß auch nicht, warum grad. Ja, ihr habt aber Probleme, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich hab ja. Ja, ich bin ja. Wenn du da dran liegen. Ja. Auch nicht nur das. Das auch. Was auch immer du genau meinst. Ja, das liegt an den ganzen verschiedenen Verbindungen von unserem Internet. Manche von uns haben Bambus-Internet. 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 Lenni-Net. Lenni-Net. Manche haben halt Super-Internet. Ich hab Super-Internet. Also Lenni-Net. Nein, Super-Internet. Wobei der Server jetzt nur 26% Auslastung hat. Hm, naja. Man hat die ganzen Viecher hier gehabt. Die ganzen Viecher? Aber tröste, die sind ja nur auf normal gestellt. Autsch. Ich hab's gehört. Wenn du ein gutes Schwert hast, klatscht die einfach ganz schnell rum. Ja, ne, ich hab Stärke drauf. So gerade als... Zombies. Oder was?